Der Computermarkt ist riesengroß, doch die Mehrheit der PC-Hersteller liefern ihre Geräte mit Windows aus. Dennoch gibt es mittlerweile immer mehr und mehr Hardware-Hersteller, die eben ihre Hardware mit einem Linux-Betriebssystem ausliefern. Unter anderem zum Beispiel System76 mit Pop!OS oder eben auch, wie hier auf dem Bild zu sehen, das Unternehmen Taxido. Pop!OS habe ich ja auf diesem Kanal schon behandelt, doch wie sieht es eigentlich aus mit dem hauseigenen Betriebssystem von Taxido, nämlich Taxido.OS? Das schauen wir uns jetzt mal an. Also, knapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag! Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS. Und am Freitag, den 24. Februar, hat Taxido, der Notebook-Hersteller, der Hersteller für Linux-Notebooks, eine große Ankündigung gemacht. Und zwar, das hauseigene Taxido.OS ist in der Version 2 erschienen. Und ja, das klingt natürlich sehr, sehr vielversprechend und das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und deswegen schauen wir uns heute mal Taxido.OS genauer an. So, auf taxidocomputers.com kommt man dann im Prinzip auf diese Seite. Dort wird dann eben das hauseigene Notebook und auch PCs und so weiter beworben. Ist natürlich sehr zu empfehlen, da es sich hierbei wirklich um Hardware handelt, die zu 100% Linux-fähig ist oder Linux-kompatibel ist, mit bis zu 5 Jahren Garantie. Taxido Computers ist übrigens kein Sponsor dieses Kanals. Also, ich kriege jetzt hierfür kein Geld. Gut, dann ganz unten auf der Fußleiste findet man dann Taxido.OS. Da einmal draufgeklickt, kommt man dann eben auf diese Seite hier, maßgeschneidertes Betriebssystem für ihren Taxido. So sieht das Ganze schon mal aus im Überblick. Das sieht schon ganz nach KDE Plasma aus, was ja hervorragend ist. Ja, hier steht es auch, Powered by KDE Plasma. Und es gibt sogar einen Kundensupport, einen Linux-spezialisierten Kundensupport, was ja ganz logisch ist. Und ja, dann kann man sich hier quasi jetzt Taxido.OS herunterladen, entweder direkt als Datei oder eben auch als BitTorrent. Wenn ich hier auf Taxido.OS herunterladen klicke, komme ich dann auf diese Seite hier. Das sind dann quasi die Mirror, wenn man die Mirror listen. Und dann kann ich hier einfach die ISO entsprechend herunterladen. Gut, das habe ich jetzt auch schon getan. Die ISO ist bereits auf meinem Rechner und ich habe einfach Balena Etcher gestartet, um hier einfach mal Taxido.OS direkt auf meinen Stick zu brennen. Denn ich werde Taxido.OS auf echter Hardware installieren und nicht in eine virtuelle Maschine. Das ist zwar kein Taxido-Gerät, wohin ich jetzt das Betriebssystem installieren werde, sondern es ist eine recht alte HP-Workstation. Und bin ich mal gespannt, ob das trotzdem funktioniert. Gut, dann warten wir mal ab. So, der Stick ist erstellt. Der Boot-Stick. Und ich habe den jetzt reingesteckt in den HP-Rechner. Und hier sind wir jetzt beim Boot-Menü quasi. Und ich wähle direkt den SanDisk Cruiser aus. Das ist nämlich der Stick. So, und da sind wir auch schon beim Taxido.OS Einrichtungsprogramm. Willkommen zur Einrichtung von Taxido.OS Nummer 2. So, Deutsch ist hier schon ausgewählt. Ich nehme mal anhand der IP-Adresse wurde das auch erkannt. Dann gehe ich gleich mal auf Weiter. Die Zeitzone Berlin, die ist soweit richtig. Ich könnte sie hier ändern, wenn ich das möchte. Machen wir weiter. Und Standard-Tastatur ist German Standard. Auch das ist korrekt. Und dann klicke ich einfach auf Weiter. So, jetzt werden die Lokalisierungen konfiguriert. Ich kann hier mal auf dieses kleine Symbol klicken. Und dann sehe ich hier auch genau, was gemacht wird. So, und jetzt bin ich im Prinzip auf der Live-Oberfläche. Das heißt, diese Ersteinrichtung, die wir gerade eben gesehen haben, hat lediglich die Live-Umgebung hier vorbereitet. Denn diese ist jetzt hier vollständig auf Deutsch. Was hier aber alles so im Menü verfügbar ist und so weiter, das gucken wir uns alles später noch an. Ich gehe jetzt hier oben direkt auf Taxido.OS installieren. Und das sieht mir ganz nach dem Plamares aus. So, Sie wollen Taxido.OS auf einem Nicht-Taxido-Gerät installieren. Software wie Tomte oder Taxido Control Center wird nicht oder nur eingeschränkt funktionieren. Ist ja klar, weil diese Tools ja dann genau die Taxido-Hardware anspricht. Und damit bin ich auch einverstanden. Okay. So, wollen Sie eine verschlüsselte Installation machen? Dann wird die ganze komplette Platte verwendet. Werde ich jetzt hier nicht machen. Wer Taxido.OS auf ein Notebook installiert oder überhaupt bei Notebook-Installationen ist, die Verschlüsselung generell zu empfehlen. Ich sage aber hier Nein. Und bin dann hier beim Taxido.OS Installationsprogramm. So, hier steht jetzt Deutsch. Da haben wir jetzt wieder den Begrüßungsbildschirm. Ich gehe auf Weiter und werde jetzt hier die richtige Festplatte auswählen. Ganz wichtig, wirklich die richtige korrekt muss ausgewählt sein. Nicht, dass hier versehentlich Daten gelöscht werden. Ich nehme die Veno Scorb, die 256 GB Festplatte. Das ist auch in Ordnung so. Und ich werde diese Platte vollständig löschen. Werde kein Swap hinzufügen. Weil ich habe 8 GB RAM. Das reicht erstmal aus, auch für die Präsentation. Und ich wähle hier einfach mal ButterFS aus. So, dann sieht das neue System dann entsprechend so aus. Sehr gut. Und dann gehe ich hier einfach auf Weiter. So, vollständiger Name. Das ist dann Typ. Name zur Anmeldung ist Typ. Name des Computers machen wir Taxido. Und dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer Typ. Das Passwort ist ein Palindrom. Sichere Passwörter verlangen möchte ich nicht. Und automatisches Einloggen möchte ich auch nicht. Also einmal weiter. So, dann installieren. Und dann heißt es einmal abwarten. Das Taxido-Installationsprogramm wird nun Änderungen durchführen. Und diese können nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das ist auch völlig in Ordnung. So, die Installation war natürlich wie fast immer bei Linux-Betriebssystemen ziemlich einfach und intuitiv. So, die Installation ist hiermit auch erledigt. Und wir können das System neu starten. So, hier ist das Taxido-Grab-Boot-Menü. Sehr schön. Man sieht dann genau anhand der Symbole auch, welche Betriebssysteme hier auf dem System gefunden werden. Unter anderem hier Debian 11. Das ist im Prinzip mein NAS-Server, mein Datensicherungs-Server. Aber wir gehen oben hin und klicken auf Taxido-OS und einmal Enter. Und hier haben wir den STDM-Login-Bildschirm. So, dann einmal das Passwort rein. Und schon sind wir hier auf dem System. So, ich werde hier mal noch eine kleine Änderung am Audio durchführen. So, denn Wiedergabegerät soll HDMI-Ausgabe sein. So, und funktioniert hervorragend. Sehr gut. So, damit gegebenenfalls, falls hier irgendwo Ton kommt und so weiter, dann hören wir das hier auch im Video. Sehr gut. So, machen wir wieder zu. Schauen wir uns mal das schöne Hintergrundbild an. Das ist so schön im Style von KDE-Plasma auch. Sieht aus wie irgendeine Blume auf einer Wiese. Hier unten das Wasserzeichen Taxido-Computers. Und ansonsten sieht diese Leiste unten, die das Dock quasi Standard nach KDE-Plasma aus. Also gar nichts so Ungewöhnliches. Die Symbole sehen auch schon Standard aus, KDE-Plasma-Standard. Das ist auch sehr gut. So kommt man dann auch rechtzügig und schnell zurecht. So, hier unten hat man dann eine Aktualisierungsverwaltung. Das Taxido-Kontrollzentrum. Bluetooth kann man hier aktivieren und deaktivieren. Und halt noch zum Thema Netzwerk und Lautsprecher. So, hier links haben wir dann noch die Systemeinstellungen von KDE-Plasma. Discover, das ist im Prinzip ein App-Store, könnte man sagen. Dolphin, die Dateiverwaltung und Firefox als Webbrowser. So, dann schauen wir mal, was jetzt hier alles vorinstalliert ist. So, hier sind diverse Kategorien. So, wir fangen mal bei Büroprogramme an. Also, die LibreOffice-Bibliothek ist vollständig vorinstalliert. Das ist immer sehr, sehr gut. So kann man auch als Taxido-Nutzer, wenn man sein Notebook das erste Mal zum Beispiel eingerichtet hat, auch direkt zum Arbeiten loslegen, ohne dass man sich erst umständig irgendwelche wichtigen Programme, die man so braucht, eben nachladen muss. So, bei Dienstprogramme sind die KDE-eigenen Sachen mit hinterlegt, wie zum Beispiel Arc, die Emoji-Auswahl und Kate zum Beispiel als IDE, quasi als Texteditor, als erweiterter Texteditor. Und hier gibt es noch einen Nextcloud-Synchronisations-Client, der ist zusätzlich installiert. Der ist normalerweise bei KDE-Plasma nicht mit, standardgemäß, drauf. Dann gibt es hier Web FAI Creator. Das ist quasi ein Stick, den man erstellen kann, damit man Taxido recht schnell auf einem anderen Rechner einfach installieren kann, über diesen Stick. Das Besondere an Web FAI ist, dass man hier ein vollständiges, fertiges System und vorbereiten kann für den Stick, den man dann entsprechend entweder auf einem Notebook oder auf einem Taxido-Desktop-PC entsprechend installieren kann. Das ist auch nicht begrenzt auf Taxido OS, sondern es gibt noch andere Betriebssysteme, die man nutzen kann, wie zum Beispiel Ubuntu, Elementary OS und so weiter. Hier kann ich dann einfach eines auswählen, dann den USB-Stick entsprechend auswählen und dann das Ganze flashen. Das können wir, die Oberfläche sieht so ein bisschen aus wie die von Balina Etcher. Da Balina Etcher ja Open Source ist, kann man diese Oberfläche ganz einfach normal genauso übernehmen und nutzen. Hier sieht man auch, dass dieses ISO auch nicht sonderlich groß ist, 66,5 Megabyte. Und dann wird nachher bei der Installation, bei der Fully Automated Installation, einfach alle Software, alles direkt aus den Taxido-Servern gezogen. Gut, das soll es aber erstmal hierzu reichen. Sehr interessantes Programm. Weiß nicht, ob man das vielleicht als Privatperson dann wirklich braucht. Das ist dann wohl eher für Firmen auch sehr interessant. So, VirtualBox ist ebenfalls schon vorinstalliert. Das kann man auf jeden Fall machen. So, unter Einstellung finden wir nur die Systemeinstellung und bei Entwicklung eben CAD. So, unter Grafik finden wir dann neben LibreOffice halt den KDE-Bildbetrachter und Ocular. Gimp fehlt komplett oder überhaupt ein Grafikprogramm oder auch ein Fotoverwaltungsprogramm fehlt hier komplett. Was ich eigentlich schade finde, da das solche Programme sind, die man tatsächlich eigentlich immer braucht. So, unter Internet finden wir einmal den Webbrowser und KDE-Connect, der ja standardgemäß ohnehin im KDE-Gear mit enthalten ist. Genauso wie KTorrent und Thunderbird ist hier als E-Mail-Client mit vorinstalliert. Unter Multimedia finden wir den ELISA Audio Player und Kamoso. Das sind zwei Player, beziehungsweise Kamoso, die Webcam-Verwaltung. Das sind zwei Programme, die bei KDE Plasma in der Regel mit dabei sind. Und der VLC-Media Player ist hier zusätzlich hinzugefügt worden. Unter Spiele finden wir so ein paar, ja, einfache Büro-Dattelspiele, sage ich mal. Mayong, Minesweeper quasi, also K-Mines, dann Patience und Sudoku. Patience ist dann sowas wie wahrscheinlich solitär. Unter System finden wir dann ein paar Systemprogramme. Dazu zählt eben auch die Dateiverwaltung, aber eben auch die Konsole und Systemmonitor. Systemmonitor und eben auch das Taxido-Kontrollzentrum. Und hier unter Taxido, unter der Rubrik Taxido, finden wir hier auch nochmal das Kontrollzentrum und Web FAI. So, und dann wollen wir gleich mal draufgehen auf das Kontrollzentrum. Mal schauen, was wir hier so finden. So, so wie es aussieht, gibt es hier einen Systemmonitor, der bei Taxido Notebooks und beim Taxido-Rechner entsprechend die CPU vollständig überwacht. Nämlich einerseits die CPU-Taktung, aber eben auch die Temperatur und auch die Lüftergeschwindigkeit. Diese Funktionen werden jetzt hier bei mir nicht unterstützt, weil ich keinen Taxido-Rechner habe, sondern einen HP-Rechner. So, das wäre dann wahrscheinlich das Dashboard. Ich kann hier noch ein paar Profile auswählen, wo ich dann sagen kann, okay, ich möchte ja die Leistung ein bisschen reduziert haben. Dafür ist der Lüfter aber dann sehr leise. Ich kann hier auch in Power-Safe-Modus gehen. Das ist zum Beispiel bei Notebooks dann ganz sinnvoll, wenn der Akku schon fast zur Neige geht, aber man jetzt nicht möchte, dass der in ein paar Minuten alle ist. Und hierüber kann man dann einfach auch ein neues Profil dann erstellen. Ich kann das einfach benennen und dann machen wir einfach mal Profil erstellen, mal aus Test. Machen ein Passwort dazu. Okay. So, und dann kann ich jetzt hier alles Mögliche einstellen, wann dieses Profil zum Beispiel automatisch auch gestartet werden soll. Zum Beispiel im Netzbetrieb oder im Akkubetrieb, was mit dem Monitor passieren soll und so weiter und so fort und wie die Systemleistung sich entsprechend verhalten soll. Ja, all das kann man dann direkt hier einstellen. Sehr, sehr schön gemacht. So, bei Tools gibt es hier zwei Tools, die verfügbar sind. Einmal ein Verschlüsselungspasswort ändern, nämlich das von der Festplatte. Das kann man hier dann auch ändern, wenn man da eins vergeben hat. Und es gibt auch einen Shutdown-Timer, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt, dass der Rechner in einer Stunde oder so automatisch herunterfährt. Und dann gibt es hier noch Aquaris. So, Aquaris ist ein, ich nehme mal an, das ist eine Lüfter für den Rechner und mit LEDs. Und da kann ich hier die Lüfterdrehzahl entsprechend auswählen und festlegen, ebenso wie die Farbe der entsprechenden Lüfter-LEDs. Ist eigentlich mehr Spielerei, also nichts Notwendiges. Ich habe natürlich keinen Taxido Aquaris-Lüfter hier in meinem Rechner verbaut, deswegen brauche ich das hier auch nicht. So, und dann gibt es hier noch ein paar Einstellungen, die man hier vornehmen kann. CPU-Einstellungen, Lüftersteuerung und auch das Farbthema kann ich zum Beispiel hell, was gerade ist, dunkel, so sieht das Ganze dunkel aus, oder Systemeinstellungen, dann passt sich das dem System an. Ich lasse das auch mit den Systemeinstellungen. So, mit Rechtsklick hier irgendwo auf dem Desktop kommt dann hier so ein kleines Kontextmenü und dann kann ich zum Beispiel das Hintergrundbild anpassen. Ja, Taxido kommt mit einer Reihe eigener Hintergrundbilder, also Wallpaper daher. Ich mache mal hier ein kleines bisschen kleiner, vielleicht können wir das Ganze dann hier einfach mal sehen. Das ist dann hier ein sehr grelles, aktives Blau, will ich mal sagen. Es gibt dann aber auch ein wunderschöner Foto, das sieht aus wie Santorini auf den ersten Blick. Das könnte die griechische Insel Santorini sein, könnte mich jetzt aber auch völlig irren. Also, falls du genau weißt, was das für ein Foto ist, wo das ist, dann kannst du das ja mal unten in die Kommentare schreiben. Und dann zusätzlich dann noch diverse Standard-Hintergrundbilder von KDE Plasma selber. So wie bei KDE Plasma üblich, kann ich dann hier noch eine Kontrollleiste und ein paar Miniprogramme hinzufügen. Bei Miniprogrammen handelt es sich dann im Prinzip um diese Widgets, die man so als Widgets normalerweise kennt. Man kann zum Beispiel eine Uhr hier einfach festlegen oder Benachrichtigungen direkt auf dem Desktop. Man kann einen Anwendungsstarter hier angeben oder ein einfaches neues Menü. Und dann gibt es hier die Systemeinstellungen, die kommen quasi mit KDE Plasma daher. Man kann hier wirklich eine Reihe von Einstellungen eben vornehmen unter Erscheinungsbild. Unter Erscheinungsbild kann ich dann hier zum Beispiel das komplette Taxido-Aussehen verändern. Da gibt es drei Taxido-eigene Themes, nämlich das normale Taxido, Taxido-Dämmerung und Taxido-Dunkel. Standard eingestellt ist Dämmerung. Das bedeutet hier, das Menü ist alles dunkel, die Fenster selber sind aber hell. Ich kann das aber auch das Ganze vollständig auf hell machen. Und dann haben wir hier eben alles in hell. Oder ich gehe auch komplett alles auf dunkel. Einmal anwenden und dann ist alles auf dunkel, wie zum Beispiel auch die Fenster. Ich belasse es jetzt hier aber bei Dämmerung. Das ist sehr, sehr schön. Und ich kann im Prinzip so ziemlich jedes Detail im Prinzip konfigurieren. Vom Anwendungsstil, vom Plasma-Style quasi, bis hin zu den Farben der Fenster-Dekoration. Also was hier oben ist, man kann hier auch das grelle Rot nehmen, wenn man das möchte. Schriftarten, Symbole, Zeiger und eben auch den Startbildschirm, der ja das Taxido-Logo im Prinzip anzeigt. So sieht das Ganze dann aus. Wenn Taxido gestartet wird, haben wir dann im Prinzip dieses Taxido-Logo und diesen dichtdrehenden Kreis. Wenn mir das Standard Taxido-Design nicht gefällt, kann ich hier auf Neue globale Designs holen klicken. Und dann kann ich mir hier im Prinzip ein komplett neues Design meiner Wahl dann herunterladen. Das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, das Standard Taxido-Design zu verwenden. Und das gilt eben auch für die Nutzer des Original Taxido-Notebooks oder Taxido-Rechners. Man hat dann auch keinerlei funktionelle Nachteile, wenn man ein komplett eigenes Design hier hinterlegt. Gut, ansonsten gibt es zum Thema Einstellungen nicht viel zu sagen. Man kann wirklich alles einstellen, neuen Benutzer hinzufügen, entfernen, Zugangshilfen einrichten, Passwörter speichern. Man kann Netzwerkeinstellungen, Firewall-Einstellungen vornehmen oder dann noch diverse Hardware-Einstellungen, wie zum Beispiel Monitor, Bluetooth, Drucker und so weiter hier verwalten. Ganz unten gibt es dann auch noch den Punkt Software-Aktualisierung. Hier kann ich dann auch noch angeben, wie häufig nach Software gesucht oder aktualisiert werden soll. Soll überhaupt automatisch aktualisiert werden oder nur manuell? Das kann man hier alles einstellen. Wenn Updates verfügbar sind, das sieht man das Ganze dann hier unten. Hier steht Aktualisierungen sind verfügbar. Und Discover ist im Prinzip ja ein App-Center. Hier kann man dann ganz einfach und schnell sämtliche Software herunterladen, die man eben noch so braucht für sein tägliches Arbeiten oder auch zum Ausprobieren. Emacs zum Beispiel, wer das haben möchte. VLC Media Player ist schon installiert. Aber ich könnte zum Beispiel noch Gimp nachinstallieren oder auch Telegram, wenn ich das denn brauche und haben möchte. Dann gibt es hier dann das Ganze in Kategorien auch angeordnet. Und wie wir sehen, wird hier auch genau angezeigt, aus welchen Repositories dann entsprechend diese Programme kommen. Hier in dem Falle Godot zum Beispiel oder Insomniac sind Flatpacks, während wiederum Genie und Emacs direkt aus den, nehmen wir mal an, Ubuntu-Repositories kommen. Unter Einstellungen kann ich dann entsprechend die Repositories auch einstellen. Wenn ich zum Beispiel nicht möchte, dass Flatpacks installiert werden sollen, dann kann ich hier einfach den Haken rausnehmen, das Ganze nochmal aktualisieren und dann werden keine Flatpacks mehr angezeigt. Das bedeutet dann natürlich auch, dass man dann eine sehr viel kleinere Softwareauswahl hat. Hier unten sehen wir dann Jemmy Main, die Taxido OS Standard Paketquellen. Und das sieht ganz nach Ubuntu-Paketquellen aus, allerdings von Taxido selber. Die stellen die Repositories selber zur Verfügung. Und hier ganz unten findet sich dann noch entsprechend Aktualisierungen, die man dann hier entsprechend auch durchführen kann. So, Dolphin ist die Standard-Dateiverwaltung und wenn man das dann öffnet, sehen wir hier ein wunderschönes Design mit diesen silbernen, nenne ich es mal, mit diesen silbernen Ordnern und diesen roten Akzenten. Ist sehr, sehr hübsch gemacht. Standardgemäß wird dann natürlich hier angezeigt, der eigene Ordner, die eigenen Dokumente, Downloads, Bilder und so weiter. Aber man kann natürlich von hier aus auch überall anders zugreifen, wie zum Beispiel auf das Root-Dateisystem. Und hier unten haben wir dann noch den Firefox-Browser. Das ist halt bei Linux meistens der Standard-Browser, der hier vorinstalliert ist. Mein kleiner Tipp immer, man kann hier oben diese Leiste hier oben, die kann man abschalten, weil die nimmt eigentlich ziemlich viel Platz weg. Dazu gehe ich immer auf weitere Werkzeuge. Symbolleiste anpassen. Wenn ich jetzt hier oben Titelleiste wegmache, dann geht hier oben diese ganze, diese obere Leiste über den Tabs, die verschwindet dann. Und das Schließen, Maximieren und Minimieren. Die Buttons werden dann hier eine Ebene nach unten gesetzt und schon hat man wieder ein bisschen mehr Platz quasi auf dem Bildschirm. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist auch die Konsole. Selbstverständlich kann man das Taxido Linux auch wie jede andere Linux-Distribution auch über die Konsole steuern. Und man kann Sachen machen, installieren, erstellen, deinstallieren. Und ich nehme mal an und für das Updaten oder Installieren von Sachen nutzt man dann die ganz normalen Ubuntu-Kommandos. So, ne, sudo apt-update. Und hier sehen wir dann auch die Taxido-Mirror-Liste. Das ist also direkt die Taxido-Mirrors. Und dann kann ich hier sudo apt-upgrade durchführen. Sag ich einmal, ja, werden jetzt neun Sachen installiert. Das ist nicht sonderlich viel. Das geht also relativ zügig. Ich hätte das Ganze eben auch über Discover, über das Software-Center installieren lassen können. Aber ich bin eben ein Fan der Konsole und möchte das natürlich auch sehr gerne zeigen, wie man hier das Ganze auch über die Konsole machen kann. Was mich natürlich interessiert, ist, ob ich über Discover auch Anwendungen installieren kann, die nur für die Konsole gedacht sind. Wie zum Beispiel Neo-Fetch. Hm, sieht nicht so aus. Hier werden einige Themes angezeigt. Und ein paar Neo-Fetch-ASCII-Wallpaper. Die braucht das aber nicht. Das heißt, Neo-Fetch selber könnte ich jetzt hier über Discover nicht installieren. Ich muss es dann tatsächlich mit sudo apt install und dann Neo-Fetch installieren, wenn ich es dann haben möchte. Und wenn es nicht schon installiert ist, nein, ist es noch nicht. So, dann kann ich das jetzt installieren und dann funktioniert das auch. Dann kann ich jetzt hier einmal Neo-Fetch starten. Und dann wird das Ganze angezeigt. Allerdings ohne Taxido-Logo, sondern mit dem Standard-Linux-Pinguin mit Tux. So, was hat sich jetzt eigentlich geändert, basierend auf der letzten Taxido-OS-Version? Ja, zum einen erstmal die Bezeichnung selber, Taxido-OS 2. Denn vorher wurde das Ganze ja mit dem Release-Datum immer bezeichnet. Also wie zum Beispiel Taxido-OS 2.0.4. Ähnlich wie das Ubuntu macht. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt gibt es scheinbar eine fortlaufende Nummer. In dem Falle jetzt Taxido-OS-Version 2. Inhaltlich hat sich tatsächlich nicht allzu viel geändert. Lediglich sämtliche Programme wurden eben auf die neueste Version aktualisiert. Auch der Kernel wurde aktualisiert auf die Version 6.1. Und ansonsten gibt es lediglich ein paar kleinere Änderungen unter der Haube, die das System noch schneller, stabiler und besser machen. Was unterscheidet Taxido-OS jetzt eigentlich überhaupt vom herkömmlichen Ubuntu oder vom Kubuntu, wenn man jetzt das Ganze so sieht? Nun, Ubuntu selber setzt sehr viel auf die hauseigenen Snap-Pakete, zum Beispiel beim Browser oder anderen Programmen. Das ist hier nicht so. Taxido selber verfügt ja über einen eigenen Repository-Kanal und bietet seine Software ausschließlich eben über diese Depth-Pakete an und eben nicht über Snaps. Als Alternative kann man dann noch Programme über Flatpacks installieren. Des Weiteren wurde im Prinzip das Ubuntu-Branding und auch die Ubuntu-URLs zum Beispiel aus den Network-Checks, aus den Netzwerküberprüfungen vollständig entfernt und durch Taxido-eigene Netzwerk-Checks ersetzt. Für wen ist Taxido dann überhaupt geeignet? Tatsächlich ist Taxido hervorragend geeignet für wirklich jedermann, egal ob ein Computeranfänger, Windows-Umsteiger oder eben auch erfahrenen Linux-Nutzer. Taxido bietet im Prinzip alles das, was ein ganz normaler Benutzer eben so braucht für sein tägliches Arbeiten. Ein sehr schnelles und stabiles Betriebssystem, basierend eben auf Ubuntu und zu 100% angepasst auf deren eigener Hardware, nämlich Notebook und Desktop-Rechner. Nichtsdestotrotz lässt sich Taxido OS hervorragend auch auf andere Hardware installieren, auf eigenen Notebooks oder eben auch auf dem eigenen Rechner, wie man das hier sieht. Klar, man kann dann die Taxido-eigenen Tools dann nicht zu 100% nutzen. Das ist aber nicht immer notwendig. Zumindest kann man sich dann hier verlassen, dass hier die Software, die hier eben drauf ist, auch wirklich stimmig ist und dass das Ganze dann auch wirklich funktioniert. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Bis zum nächsten Mal.